ja und die Wichter die Leute Zeitung als ich natürlich wieder hier direkt rein mit einer neuen Aufnahme in der Wirklichkeit. Ich hoffe, ich höre das Mikro richtig. So, im Hintergrund nehme ich gerade nichts auf. Oh, ich habe schon voll ab nicht mehr das gespielt. Ah. So, wir haben schon mal einen AFK, noch? Das ist passiert. Ja, wundert euch nicht. Wir haben hier gerade eine Katze. Diese Katze macht Terror. Wie man vielleicht hört. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber man sollte es hören. Oh Gott, ey, der ist ja ganz so mal kaputt. Ja. Finis. Aua. Aua. Ähm. Ausstattung. Alkohol ist der Ärger. Späne. Ich spiel schon noch ein paar Runden mit dir. Späne. rein in das Mensch. So, ich krieg 100% mehr. Also doppelt so viel Gesundheit, weil ich Versorgung schütze. Nein. Sie ist niemals zu früh. Tut mir leid morgen früh, Mann. Es tut mir so leid. Okay, dann nicht. Nein. Nein. Ja, das war der Gegensatz. in der Strasse Machen das ist ja so dass ich nicht mehr aber ich muss mich schon besitzt das ist ist nicht ganz gelaufen wie geplant auf x ist auch nichts ja aber viel piece ist ja da jetzt öfter gekommen also nicht absicht ja ich weiß nicht ich kann es zu meinem Charakter nicht noch mal mit dem Jäger Was mir voller Angst. Ich spüre, es ist eine Runde. Ach ja, es gibt einen neuen Menschencharakter. Den zeige ich später vielleicht noch, wenn ich daran denke. Und ja. Wir machen immer eine Runde, eine Folge. Eine Folge, eine Runde. Wir geben uns auch eine Runde. Wir machen uns auch eine Runde. Wir machen uns auch eine Runde. die das ist so ich würde sagen ich spiel einfach gleich noch eine runde mit dem jetzt hier halt mal ich persönlich besser ich hab mehr ein hier geht und so ist ganz vergessen ist ganz in einer Sitzung weiter sonst die Geräusche zwar leise möglicherweise ich hab die gerade runtergedreht aber dafür sollte man mich auch wissen Ah, Schmerz. Ah, noch mehr Schmerz. Wieder noch ein Schmerz. So. So, meine Kinder. Jetzt geht es noch weiter. Nein, bitte nicht. Hilfe! Ich mach die neue Klasse nicht. Neue Klasse ist neu. Unbekannt. Gott. Arrows Volley! Ich hab' doch gelacht. Hilfe! Ich glaub' ich brauch' ne Versorgungsspazier. Aber das war knapp, das war knapp, das war knapp, das war... That's close. So, dann geht's einfach direkt wieder weiter. Ähm... Da... 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 Da-da-da-da-da... Da... Da... ...bitte nicht wehtun. Loser... Tsch... Macht... Ich hab' ich noch gewoffen. Nein, ich hab' nicht mehr gewoffen. Mein Gott, wie gut sind die bitte. ра Will ich wieder mal hier sein? Halleluja! Ah, Töhrt! Oh, Töhrt! Wie würde das was klappen? Klack, klack, boop, boop! Tapp, tap, tap! Oh, geil, Animation! Sieht da wirklich geil aus! Die Däden müssen erst mal haben! 36 Kapitän, hab ich, ganz okay. Ah, Revert-Türer. Ich hab leider noch kein Mann. Mit dem Tyrat spiel ich jetzt auch mal versprochen. Oh, coole Aura. Okay, mit dem Tyrat spiel ich jetzt auch mal. Ich hab leider die neue Klasse noch nicht freigeschaltet. Aber ich denke mal, dass... Das ist jetzt nicht so überraschend. Hallo, du. Bonnie. 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 Ich nenne dich Ernie. Wo seid ihr? Ich kann euch sehen. Ich weiß, dass ihr da hinten seid. Und ich frag trotzdem noch mal, wo seid ihr? Da, wo wir gehen. Ich hab' die Leid. So. Du schneid dich wieder weggekommen. Jetzt mach' ich auch noch ein Zwei. Nein! Alter. Der labt sich, der macht sich schlecht. Was? Ich will wissen, wo der ist. Der ist alleine. Der ist abgreifbar. Fuck. Die geht noch. Also okay, mir geht es zu handelig schlecht. Ich bin nicht mehr reingekommen als Papier. Mir geht es extrem schlecht. So, wir müssen mal etwas abnehmen. Erstmal recken. Oh Gott. Das war großartig. Was? Ja okay, jetzt bin ich wenigstens mal tot. Noch wieder volle Leben. Oh, okay. Oh, I'm gonna make it too many. Äh, woher muss ich laufen? Dann muss ich... Einmal bitte den Aufzug nehmen. Zieh, hol, hoch, zieh. Haua! Haua! Da hat sich... Oh, ich bin zu tritt. Lalalalala, mach den platt! La 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 la. Komm schon bitte, resport mal! Was? W Mahn, das war so knapp. Dad? Joa noch einer, auch noch... Ach, eine Runde, eine Runde noch. Wo seid ihr? Ich will nicht weiter. So, kurzer Angriff fertig. Vielleicht mal wieder flüchten. Oh, was ich? Ach, eine Runde. Oh, was ich? Oh. Der Speer ist schon echt gut. Das muss man schon dazu sagen. So, jetzt gibt es wieder einen kleinen Fluffig-Schnell. Fluffig-Klein-Schnell. Fluffig-Klein-Schnell, Fluffig-Klein-Schnell. Da habe ich nicht durch Glück aus Versehen hoch. Ja, durch die Gegend gepackt. Ach, jetzt ist es jetzt wieder gut. Okay, eins, zwei, drei. Oh, Gott. So hätte ich nicht ausleicht. Oh, Gott. So hätte ich nicht ausleicht. Da wurde aber einer gegen die Wand gepasht. Ich glaube, das ist der Heiler oder so. Ich muss ihn dann auch mal ausprobieren. Das Spiel wird immer erstmal der Two-One ausprobiert. Der Two-One. Ach ja, so wie gesagt, es gab ein Update mit... ...neun, der da gerade rumrennt und alle wegwagged. ...neun, der da war's. ich leck sie jetzt muss ich die aufgreifen gott das das ist das ist aber mit steckungsnebel das ist was ich auch nicht kann ich werde mit Sicherheit verlieren Ich hab nicht mehr ausreden. Ich hab ja schon länger nicht mehr gespielt. Oh Gott. Vielleicht ist ein Monster aus der Überwelt beschworen. Ich weiß ja nicht. There is not Absicht. Den hätte man, hätte man, hätte man, hätte man, hätte man, hätte man. Komm. 6, 4, 4, 4. Ja. Ja. Oh, Schocker. Ja, am Haushoch von Dorad. Bam, wir sind die Besten. Jäger. Ich vermiss nicht, ich hab ein bisschen was. 5 Gold. Okay. Wie. 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 So, dann würde ich sagen. Werden wir jetzt noch 20 Minuten. 5. Ich glaub hier sind wir auch gelevelten, Level 8, das ist ganz gut. Wollte schon sagen, was passiert jetzt aber. Genauso sind wir raus. Und ich zeig's noch kurz die neue Klasse. Muss mal schauen, 0 Gold. Ganz, wir konnten hier 1.200, 2 Gold. es gibt es nicht die koffert wir sind die 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 beschwöre ja genau ich würde einfach mal sagen wir sehen uns kurz zum Ende haben 1.300 Qualität können wir uns einlassen genau also ich würde sagen wir sehen uns einfach in der nächsten Folge bis dahin tschüss